so noch ein paladin zu diensten dort entlang das ist monument was wir als nächstes einnehmen sollten zurück mit euch sind auf feinde gestoßen achtung verteidigt euch bleibt standhaft zeit zu sterben so das heißt hier unten dann wieder türme und die dann wieder anlocken verstärkt die verteidigung bleibt standhaft verstärkt die verteidigung erwarte befehle sind auf feinde gestoßen feindkontakt verstärkt die verteidigung das können wir gerade nicht in besitz nehmen weil da der gerade kauft man noch um sie schlagen zu so wir haben genug holz wir haben genug steine heißen ist gerade mangelbar aber das ist okay ja der ohne bin unterwegs kämpft sie schlagen zu verteidigt euch verteidigt euch gut oh nicht so gut auf meinem befehl mir nach mir nach bringen wir es zu ende die flamme verteidigt euch verteidigt euch sie sind überall wenn ich jetzt nicht so schließt die rein sie sind überall feindlicher angriff schlack sie zurück sie sind überall auf dem weg auf dem weg feindkontakt einsatzbereit so ok hier bin ich schon auf dem weg schließt die rein vorsicht sie sind hier auf mein kommando auf mein kommando bleibt standhaft folgt mir ja haben schon einen helden verloren bereit sofort also ja da und da sammeln gut jetzt haben wir alles frei bis auf den pass ich glaube ich muss meine türme am besten hier am anfang errichten ja ja der speer der nichts mehr bringt weil das die alle lager kaputt sind von euch genau weil gerade die flammtänzerinnen gegen meine einheiten sind die saustark vorwärts vorwärts aber halt nicht gegen meine gebäude hm ne ne drei hunde das retiert sich nicht wie gesagt zur onyx äh zur schwarzwasserküste können wir nicht da ist das tor zu auch irgendwann müssen wir da hinkommen wegen dem zwerg außer die quest ist woanders was ich mir nicht vorstellen kann gebäude wurde errichtet gebäude wurde errichtet gebäude wurde errichtet an die arbeit ich kann es nicht näher hier bin ich schade ärmel hoch und los ausgeht oder vier fr vier vier Es ist ja immer noch lustig, wie die ganzen Spiegelbilder nach mir benannt sind, obwohl sie ja von der Mentalistin kommen. Wir sind bereit, auf eilenden Schwingen. Was wünscht ihr? Gebäude wurde errichtet. Ärmel hoch und los. Ärmel hoch und los. Also ja, wir bauen hier unsere Verteidigung aus. Für nochmal fünf Paladine brauche ich noch ein bisschen Eisen. Und ja, da das hier im Augenblick, bis ich es geschafft habe, in die Stadt zu kommen, mein einziges Aria ist... Da bleibe ich damit auch sparsam und komme nicht wieder auf die Idee, es für Mentalisten oder... Ja, Mentalisten auszugeben. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Wir sind bereit. Sind bereit in der Luft. Was wünscht ihr? Ja. Sofort. Schnell. Zu Diensten. Weil jetzt haben wir ja größtenteils Ruhe, wenn nicht ab und zu mal ein H7-Angriff von oben kommt. Auf geht's. Die ja zum Glück eher selten kommen. Ja. An die Arbeit. So, dann gehen wir mal auf 60 Bevölkerungslimit hoch. Machen wir 30 Paladine, 30 Scharfschützen und 20 Kleriker. Und für egal, was ich jetzt gerade nehme, habe ich nicht genug Eisen. Ja? Zu Diensten. Gebäude wurde errichtet. Ärmel hoch und los. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Wird sofort erledigt. Die brauche ich die 250 Eisen für 5 Stück und für die 200, also kommen erstmal die Kleriker dran. Einfach weil es hier gerade dem Vorkommen mit Eisen im Bau ist. Gebäude wurde errichtet. Zu Diensten. Schon auf dem Weg. Weg. So. So. Jetzt können wir uns die 6 schnappen. Eine Schmerze errichten. Ja doch lieber hier unten. Erwarte euer Kommando. Erwarte euer Kommando. So. So wie es aussieht, sind die Fischer gerade zum größten Teil Arbeitshaus. Was wünscht ihr? Herr der Ruhne? Bin unterwegs. Also dürft ihr eine Weizenfarm errichten. Also. Schon dabei. Ja? Dort entlang. Auf geht's. Gut. Mehr Nachwuchs werden wir immer brauchen. Hier errichtet mir jetzt noch eine Mine. Nein. Nein. Gehen wir es an. Gebäude wurde errichtet. So. Okay. Dann würde ich aber sagen, dass wir an der Stelle mal wieder speichern sollten. So. Überschreiben. Wir werden einen Cut machen und einen Cut machen. Also. Bis gleich. dau...